Okay, gut, dann muss ich euch zurücklassen. Nein, Bug, fuck. Shit, 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 shit. Oh Gott, oh Gott. Alter, ich komme immer noch nicht auf diese Schlägerheit, ja. Die Guardian hat einen hellen Besuch, Jungs. Können wir Autopilot-Retriebe machen? Bring die Pelikan an uns. Leading, Leading, we're taking fire, we're hit! Not with those ships, shooting everything out of the sky. Ähm, ähm, Hilfe, würde ich mal sagen. Jetzt ist es so eine Nummer zu groß für uns, Freunde. Shit. Governor Sloan, we need access to the space elevator. Can't do that, Spartans. Got too many people taking refuge inside. They'll be slaughtered. Understood, Governor. Osiris, clear the area so they can open those doors. Okay. Okay. Aber müssen wir jetzt ein bisschen schnell machen, ne? Das ist so ein bisschen schnell machen, ne? Ich bin immer noch so geflasht von dieser Sequenz und was da passiert ist einfach gerade. Mein Cortana hat irgendwas mit den Guardians zu tun und so und das wusste ich halt einfach vorher. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also was heißt gar nicht gedacht, aber das ist so schon irgendwie überrascht. Und sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sit this stuff. Aron is here. Gut. Ich habe Angst, dass wir hier eine Runde machen müssen. Gut. Wir schauen jetzt nicht mehr. Achなので, wie soll man nicht mehr passiert. Ja. Wie soll ich denn die Runde machen? Nee. Aber das ist wirklich reicht. Ich bin ja nicht mehr. Geah. Stolz. Ich bin ja. nicht mehr. Ja, ich bin ja nicht mehr. Genau. Ich bin ja nicht mehr. Und das ist mehr. Es geht gerade wieder so viel Shit hier ab. Es ist echt Wahnsinn, gerade noch diese Warthog-Fahrt und ach ja. Also ich bin... Shit, 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 shit. Ich bin echt geflasht. Und hier drin sind auch noch Leute. Leute, das tut mir echt leid, aber ich... Weiter verrückt, weiter verrückt. Oh Gott, oh Gott. Schon anstrengend jetzt gerade. Warum springt der da? Ist wohl ein Bug? Nicht wahr, Bug? Diesen Joke wollte ich immer dringen, weil ich wahrscheinlich noch oft genug bringe. Ihr Propagandas overselling your skills. I ain't opening these doors until the base is clear. Redest du da immer um Propaganda? Mit diesem menschlichen Probleme-Streit? Nee, nee. Der Hydra aufgesammelt? Alter Vater. Das ist einfach so krass mit diesem Souljazz. Also kann mir keiner erzählen, dass das keine coolen Gegner sind, weil die einfach einfach... Allein, dass die die Möglichkeit haben, in Warthogs einzusteigen und alle menschlichen Waffen zu benutzen, ist einfach nur noch krass. Ich meine, theoretisch kann der dann einfach mit einem Sniper oder so stehen. Oder mit der Saw, oder mit dem Rocket oder so was, oder so. Das ist einfach nur wunderbar krass. Los Bug. So. Ich will jetzt endlich mal diese Anhöhe hier einnehmen. Und los. Okay. Ich würde nur sagen, Area Clear. Mach die Tür auf. Area Clear. Lockdown. Er wurde Secured. I don't care. Schnell. Und los, 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 los. Ja, mag sein. Was redet ihr jetzt? Was redet ihr jetzt? Ich sehe, mein Zeit ist vorbei. Guten Glück zu euch alle. Und tschüss. Ich sehe, mein Zeitpunkt ist vorbei. Aber in Wienien, in Wilberbe. In Vent Bell. Ach egal. Scheiße. Ich studiere Englisch und kann kein Englisch. Ach. Furchtbar. Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Puh. Ich bin jetzt nicht so. Alter, was. New Dawn. Äh. For Humans and. Humans will alike. Also auch für die Covenant oder was? Zählen die dazu? Keine Ahnung. Was. Woh. 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 Erstmal die Watcher holen. So. Woh. 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 Woh mein Gott. Ich find's grad echt ziemlich cool. Wie schon sagen. Woh. 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 Nicht so schlauer gehen sich ins Button-Thema zu zerbrochen. He's dead, who's next? Oh, diese Brügelei. Wow. Unacceptable. Oh Gott. So. Very clear. Tunaka, how do we get the elevator? Find the control panel. Must be here somewhere. Yeah. Well, the rules are a bit like that. You just do this scan and know what you have to do. What is the rules? We know Cortana's contact. Is she on the Guardian 2? Master Chief seems to think so. So, if she's there, then where are they going? We'll find out once we're at the Pelican. Mhm. Klingt good. I understand the Master Chief disobeying orders to find Cortana. But why the rest of Blue Team? They didn't know her. The members of Blue Team grew up together in the Spartan 2 program. They registered more operations than any other fireteam in the UNSC. They're firmly. Exactly. Wow, Buck, you've lost it. Uhm, ok. Shit. Approaching. Level 2. Downing defense. 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 Yeah, Vale ballert a bit again on the Lichen. That's so this... I believe that they do this with order. The whole Halo can always always play on the Lichen. Got him! And they only play for a half hour. Stell dich nicht direkt vor den Gegner, wenn du freundlich bist. All clear, sieht gut aus. Sind wir jetzt schon oben? Wir können runnen, lassen es alles hinter. Es gibt eine Unterschied zwischen Rennen und Leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Tanaka ist richtig. Die Menschheit ist unser Bestes, aber wir machen etwas aus nichts. Das ist eine Resonation. Wir werden so viele Mal wieder bauen, wie wir wollen. Oh oh. So, wieder mit dem Suppressor rein. Oh Gott. Gut. Oh immer dieser Blur-Effekt, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie cool, aber irgendwie wird mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Das muss ich sagen. Ich meine, der kommt einfach so oft. Wenn man mit irgendeiner, als er in der Nähe von einem explodiert wird, das muss man leichter versuchen. Man erkennt halt einfach deutlich weniger. So, das ist ein Scattershot. Ähm. Gut. Oh, da ist schon wieder eine Hydraumsystem. Okay. Komm her. Guck dann, wenn ich dich halt so approachen müssen. So. Okay. Pfff. Stress. Stress. Kann jemand hören? Ich bin auf Meridian Station. Jeder ist tot. Gouverneur Sloane ist nicht hier. Ich... Bitte. Ist da jemand, der hier bleibt, sondern ich? Sloane hat sich auf und verabschiedet seine Menschen? Ja. Wenn Quartana wirklich drüben ist, dann hat sie mehr Verabschieden hier gemacht. Wir finden eine Wahrheit darüber, was hier passiert. Und wir werden sicher, dass die, die, die antworten müssen, müssen. Wir werden sicher, dass die, die antworten müssen, müssen. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe Back irgendwie so richtig. Ähm. Komm nicht. Ich... Ich hole dich mal zurück. So. Also wenn man die Schwachscheine abschließen geht, echt schnell down, muss ich sagen. Aber sonst kann es echt schon... ...hierig schwer werden. Ich kann es nutzen, was man hat. Dann, wenn man sie so von hinten einsetzen muss. Oh.. Drauf geht, drauf gehen! Sh örgit! Sh örgit! Jetzt kommt schon, kommt schon. Tonaka. Tonaka, 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 Vale. Okay, Vale. Dieser Neid. Er will nicht drauf gehen! Ah, K titles... Seine inspectiert niemals. HHHHHH不好意思 im ... Wie слов wird sie aus? Einfach nicht. Komm schon. Das war echt anstrengend jetzt. Ist es jetzt wirklich mal geschafft? Komm schon. Ich will weg von dem Planeten. Aha, ich weiß. Hm. Ich weiß es nicht. Oh oh. Ich sehe da was. Oh oh. Oh 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 oh. Das sieht gar nicht gut aus. Fuck. Nein, 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 nein. Oh oh. Oh oh oh. Die E-Brake stoppt die Toru-Collapse, aber sie wird nicht weit entfernt. Du denkst, die Struktur ist noch nicht sicher genug, um es zu fallen? Wenn es zu fallen wird, dann wird es nicht, weil die Spartans es als Junglergym benutzen. Da ist der Garten. Keep moving towards the Pelican. Pelican's a few more Super Runs up from here. Ach du Scheiße. Chillen wir mal ein bisschen in der Atmosphäre, ist ja kein Problem. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, habe ich das nicht. Deswegen hauen wir jetzt mal hier rein. Oh oh, wir müssen wir essen. Oh 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 oh. Schnell, 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 schnell. Wir sind zum Pelican, wir sind zum Pelican. Und zwar geschwindet. Oh Gott, hier ist ein Militarum. Laser. Laser ist die Waffe der Wahl. Wenn man gegen so etwas erdrehen muss. Außer man wird wieder aus dem Zoom geschmissen, weil die dann immer hinten. Wo werde ich abgeschossen? Geist, Geist. Irgendwas tun. Oh Gott. Stress. Na komm schon. So, Nummer zwei. Dann komm Nummer drei. Na komm schon. Na fuck, ich muss nicht mehr. Rocket. Ah, komm schon. Komm schon. Jetzt bin ich ja nicht gelockt. Gelockt. Okay, weiter nach oben. Ah, nö, 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 nö. Mach mal einmal, weil... Oh Gott, der Guardians ist ganz gut. Chill ein bisschen. Please. Aber so langsam komme ich auch echt mal so ins Gegenteil. Ist dezent krass, was hier gerade abgeht. Dezent krass. Oh nein, das ist der Schutz, sollte ich nicht leben lassen. Was erlaubst du dir? Du Scheiße, Scheiße. Oh nein, das ist der Schutz. Oh nein, das ist der Schutz. Oh nein, das ist der Schutz. Ja, danke, danke. Ich treffe nichts, oh Gott. Ich muss diesen Wunsch holen. Komm, ich bin gerade zu bekommst. Ich habe gar keine Mögen mehr. Fuck, ich habe gar keine Mögen mehr. Oh Gott, so entspricht. Ich habe mal so einen Kugeln, so einen Kugeln. Oh Gott. Hier geht einfach zu viel an. Oh, die Musik steigert sich gerade zu sehr. Oh, wow. F**k, 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 f**k. Halt, f**k. Wieder da rumgeschneiden. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schaffen wir das? Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Get in the f*****g Palikon. Now. Spade! I'm on it! The absolute madness. Unisee Infinity, 26. Oktober 2051 If we can get a team on the ground, we can access that Guardian. Sanghelios is off limits. Brass wants nothing to do with the Arbiter's War. That's because they haven't heard my great idea. That noise is an encoded numerical pattern. Paired quantum phase sets, slip space coordinates for a forerunner map. If Locke's team could feed the Guardian the coordinates recorded on Meridian, it would take them to the same place Cortana took Master Chief. Tom, we can stop this. But it means going to Sanghelios. We'll make arrangements. Oh yeah, arrangements. Verdammt krass, einfach alles. Verdammt krass, einfach alles. Oh, Locke. There's another one. What's Cortana up to, Chief? Why'd she bring us here? Let's keep moving. Where are we? War Horse. In the gates. There's another one. No long range up links at all. A long way from nowhere then. We got brought to this location for a reason. Search ahead. Okay. Machen wir gleich kurzer Aufnahmecheck. Move off to the camera down. We can go back. We can go back.